Moin Leute, was geht? Äh, Skali mein Name. Wir gehen direkt mal auf Sky Potion. Sehr cooler Server, kann ich euch nur erzählen. Äh, IP skypotion.eu Sind das hier irgendwo? Äh, nein, kann ich euch nachher mal zeigen. Äh, das ist ein Server wo Millionen. Da seid ihr abends, wenn ihr Millionen hier habt. Äh, hier zählen Milliarden. Äh, ich hab hier kein GS. Weil ich mir immer mehr schaue und die dann wegkaufe. Äh, es leckt grad hier. Anders. Ich hab grad keinen Bock auf irgendwas zu bauen. Wir gehen mal auf mein Buch. Äh, es kann auch sein, dass es bei euch auch extrem leck tut. Kommt davon natürlich, weil ich, äh, OBS, YouTube, alles im Hintergrund laufen habe. Ähm. Und deswegen keine hohe Quali rausholen kann. Eine gewisse Quali geht schon so manchmal, wenn sich das mal entspannt tut. Ich muss mal eine Option mal anschauen. Ähm. Ja. 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 Ich hab einen Limited gemacht. Okay, gut. Also, äh, bei guten Orten krieg ich schon mal um wie 400, äh, FPS hin. Okay, ich bin auf die Nova und jetzt verlaufen auf einmal alle. Okay, ich bin bitte einfach einen raus. Und da lief jetzt gleich, die war nur Worte. Die war Fugel. Die war Fugel. Ich bin Diamond. Ja. Na, das. Gut, Lady. Er will meinen Cape sehen. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich mach nur Speed Bridging Mehr kann ich nicht Vielleicht noch ein bisschen äh Zeit Bridging, aber mehr kann ich nicht Bin ich nicht ganz so krass wie die Leute aus Nova Ich bin so ein Borenklar, aber Nova hat da Eine andere Liga, sag ich mal, ich so Oh, der es glaubt Oh Junge, Hype Bridging kann ich so gar nicht mehr Das hier, oh Gott Leute, ich kann gar nichts mehr Der Block MLG was ich da machen, um hochzukommen Und der macht das so clean Kann man schon voll Equipment? Ich kann jetzt auch kein Speed Equipment Weil es halt Leggo tut Oh, es gibt einer auf uns oder? Wir sind voll Equipment von Gegner Oh, da kommt einer Komm, ich deck mich Er klatscht ihn Okay, mein Timo hat ihn geklatscht Boah, das war close für die Gegner Das war richtig close Das war fast abgebaut schon Alter, die Gegner, ne? Hätten die mich nicht totgeknüppelt und ich nicht so viel Fallschaden Kaffee und Kaffee Wären sie weg gewesen Da sagt ihr Bett Da ist jemand gewonnen Also die Snacks Ah, Ehre Wer ist der Fussel? Ja, Fussel! Ich bin voll offen Kann ich voll Und Ich bin voll offen Ich bin voll offen weiterleute ich denke ich würde so es gegen das Verkacken, das ist einfach eine Legende. Ich kann es gegen Kompf machen, weil er meiner Meinung nach fast die Bauakte herrscht. Uff. Jetzt kommt es sogar noch zu der Lieblingsmap, mit Pesh. Ich krieg mir einfach gleich mal eine Spitzhacke, weil ich wette Fussel ist schon locker bei der Mitte, oder fast bei der Mitte zu müssen. Uff. Ich steck einfach durch, geht jetzt hoch. Okay, ich bin über ihn. Huch, hab ihn noch. Hat er das überlebt? Das kann er nicht überleben, oder? Nee, halt, das hat mich jetzt nicht irgendetwas überlebt. Hund, geh da weg! Boah, mein Hund nervt. Der geht die ganze Zeit nicht in meine Beine, sohne. Aber an meinen Beinen, wenn ich jetzt sauber bin, habe ich den Hintergrund auf dem Benzinator an. Er hat es überlebt! Der Junge hat es überlebt! Nein! Quatsch mich nicht! Ach, was ist denn, Mundi? Willi Glauben! Dois hier . Oh. 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 Äh. Oh. 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 das ist die mein Bock, die kann ich sogar glaube ich da muss man sich irgendwie durchgehen, stecken, dass man über den Turm ist so wie ich sehe, er ist so ein, äh der ist nicht kein Stecker, aber ich glaube, er weiß jetzt, dass ich mich stecken tue, ne aber hallo deswegen denke ich, er steckt sich jetzt entgegen ich glaube, dass er sich jetzt richtig entgegen stecken tut ja aber er hat sich nicht so hoch gesteckt, er kann das sein er ist nicht über dem Tower ich sehe es nicht, ich kann das sein blocker ok, ja, das sind seine Gold ist aktiviert, oh scheiße ey, wir machen glaube ich jetzt sogar mit Gold, da bin ich am Arsch, warte woher hat er schon safe Gold er weiß schon, er weiß es schon, dass ich gesehen habe, dass er schon Gold hat was er ist ah Gott, schau mal ich bin mein Kopf nicht so einfach jetzt so oh shit 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 auch schild für mich gestorben wie vorgestorben er hat mich einfach so eine Chance gelassen, er wollte mir einfach nur Hilfe geben, ne? Moment, wenn man so ein inkompetenter Mensch ist, so ein, wie man noch nie gesehen hat, wo man es dann selber ist. Okay. 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 Oh shit. Er denkt sich auch so. Oh shit. Er versucht mich jetzt nicht vorauszuschlagen. Ich kenne die Taktik eher noch. Nein, er hat mein Bett! Er hat es aber viel besser gemacht als ich. Er hat es noch besser gemacht. Ich habe ihn nämlich nicht schlecht gestellig gekillt. Das war so schlecht von mir. Ich hätte ihn nicht runterschlappen dürfen. Weil so hat er mich einfach in mein Bett bekommen. Er hat einen Max-Out-Spitz gehabt, wahrscheinlich. Oder vielleicht ein bisschen schlechter als Max-Out. Aber mindestens stein, weil das ging so schnell weg, meine Blöcke. So schnell konnte ich gar nicht richtig reagieren. Da waren meine Blöcke schon weg. Oh, schön, das hat er auch eigengenommen. Das hat er auch, ist einfach auch so ein Komplett. Er weiß nicht, dass ich mich jetzt safe weg. Dein Bett ist komplett offen. Komplett! Ey! Ihr seht ihr auch mein YouTube, was ich offen habe. Ah, moin! Hi! Ich überlege gerade, was wir jetzt machen. Ich habe irgendwie keinen anderen Spieler vor meinem Kopf drauf. Traurig. Das ist richtig traurig. Ich kann es euch mal in einem Pokémon-Go-Video machen. Aber Leute, ich gehe mal ab. Ciao! Ciao! Ich bin halt! Ja!